Langsam, lass den Block noch auf dem Kopf, gib noch nicht auf, bis du ganz zurück bist. Wir merken bei diesen Übungen, sie sehen vor allem sehr simpel aus, aber wir brauchen Konzentration, wir brauchen Verständnis, dass wir die Füße auf den Boden bringen müssen und dass wir langsam uns bewegen sollten. Etwas, was wir etwas verlernt haben, langsamer zu gehen. Die Füße auf den Boden, bleibe hier, bring die Handfläche vor deinem Brustkorb im Namaste und lass die Augen für einen Moment geschlossen. Spreize deine Zehen noch einmal, bleibe mit dem Block auf deinem Kopf oder Bücher oder sogar ein Sitzkissen. Und mit dem nächsten Einatmen, öffne deine Augen, langsam mit beiden Händen, nimm den Block weg. Langsam beuge deine Knie und wieder den Block nach vorne zum Boden und komm nochmal zum Stehen. Streck deine Arme nach oben aus und beim Ausatmen mit einem, jede Anspannung wieder lassen. Noch einmal tief einatmen, hoch und ausatmen.